Hallo liebe Klönschnackfreunde, hier spricht Letty. Ich grüße euch aus meinem Wohnzimmer. Wie ihr wisst, fahre ich morgen nach Groningen in die Niederlande und der Klönschnack wird zweimal Ausfall. Ihr könnt euch aber gerne trotzdem treffen. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Hotelszenen noch ein bisschen übt. Vielleicht könnt ihr auch eine Aufnahme machen, die ihr mir dann schickt. Ich würde mich freuen. Ja, tschüss und bis bald. Eure Letty.